Platin-Rohstoffe-Commodities-Train-Din-Selzang-Genzi-Selzang-Genzi Altor de Selzang-Genzi Platin hat das chemische Symbol PT. Der Name leitet sich von dem spanischen Wort Platinal ab und bedeutet kleines Ziel unbekanntes Zeichenbär. Platin ist eines der edelsten Metalle, das bedeutet, dass nur sehr wenige Chemikalien mit Platin reagieren oder es durch Oxidation angreifen. Es kommt 30 mal seltener vor als Gold und hat einen Massenanteil an der Erdhülle von rund 5 Teilen pro Milliarde. Platin ist wie Goldform und dehnbar. So kann ein Gramm Platin zu einem feinen Draht mit einer Länge von rund 2 Kilometern gerollt werden. Das Edelmetall hat bemerkenswerte katalotische Eigenschaft und bekanntes Zeichen-Tin. Da es nicht anläuft, ist Platin für die Schmuckgestellung gut geeignet. Die ersten Belege für das Vorkommen von Platin stammen aus dem späten 15. Jahrhundert. Dem Astronomen Antonio de Olloa wird in das die Entdeckung von Platin in der Mitte des 17. Jahrhunderts zugeschrieben. Bis vor kurzem basierte die Definition für einen Meter, Uhrmeter, auf der Ent unbekanntes Zeichen Entfernung zwischen zwei Markierungen auf einem Platin-Ridium-unbekanntes Zeichenstab, der im Internationalen Büro für Maß und Gewicht, Büro, international des Poets et Mesures, Wippen, in Sevres, Frank-unbekanntes Zeichenreich, zu finden ist. Auch heute noch basiert das Gewicht eines Kilogramms auf dem Uhrkilogramm in Form eines Platin-Ridium-unbekanntes Zeichenzylinders, der ebenfalls dort steht. Wichtigste Produzenten Rund 80% der Platin-Bestände und Produktionen sind vor unbekanntes Zeichen liegend im Buchfeld-Gneos-Komplex, nördlich von Pretoria, in Südafrika anzutreffen. Es kommt zudem im Grey-Duke, sie ein unbekanntes Zeichen-Wabwe, vor, eine geologische Auffaltung, die das Land in nordunbekanntes Zeichen-Südrichtung durchzieht. Außerhalb Afrikas besitzt Russland die bedeutendsten Platin-unbekanntes Zeichen-Bestände. Platin ist hier in erster Linie ein Nebenprodukt der Nickel-Produktion in den Lagerstätten von Norilsk. Weitere Wich-unbekanntes Zeichen-Tiegel-Produzenten sind Kanada und die USA. Platin ist auch dort in erster Linie ein Nebenprodukt der Nickel- und Palladium-Pro-unbekanntes Zeichen-Duktion. Man benötigt zwischen 7 und 12 Tonnen E-Rz, um eine Feinunze oder rund 31 Gramm Platin zu produzieren. Häufigste Verwendung Platin wird häufig dort verwendet, wo Katalysatoren chemische Prozesse in Gang setzen müssen, ohne dabei verbraucht zu werden. 50% der Gesamtproduktion werden dafür für unbekanntes Zeichen wendet. Es wird vorwiegend für die Reinigung von Abgasen aus Auspuffentröhren in leichten Dieselfahrzeugen verwendet. Die Schmuckindustrie ist mit etwa 25% der Gesamt nach unbekanntes Zeichenfrage die zweitwichtigste Branche, wobei China nahezu 45% des Weltmarkts für Platinschmuck beherrscht. Platin gewinnt als Industrie Metall in der chemischen, Elektro- und Glasindustrie zunehmend an Bedeutung. Durch den aktuell festzustellenden Trend weiter steigender Energiepreisen könnte die Nachfrage nach Platin ansteigen. Denn es eignet sich unter anderem hervorragend als Katalysator in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik. Brennstoffzellen wandeln die Energie einer chemischen Reaktion direkt in Elektrizität um und erzorgen Unbekanntes Zeichen Gen-Hitze als Nebenprodukt Im Unterschied zu fossilen Brennunbekanntes Zeichenstoffen ist das Abgas-Produkt einer mit Wasserstoff- und Sorgunbekanntes Zeichen erstoffbetriebenen Brennstoffzelle lediglich Wasserdampf. Börsenhandel und Präiskonventionen In erster Linie wird Platin an der Tokio-Terro-Stoffbörse, aber auch an der New Yorker Metallbörse gehandelt. Das Blum Baktiker-Symbol für den Sportmarktpreis für Platin lautet Plat kleiner als Kind du größer als Für den physischen Platinmarkt ist der London Platin und Palladium Market die wichtigste Handelsplattform weltweit. Ein weiterer Marktplatz für den physischen Handel von Platin ist Zürich. Beziehungsstelle 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.